Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Support-A-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Support-A-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, by the way, jetzt erstmal eine Frage an euch. Hier oben stimmt mal bitte ab, oben rechts in der Infocard. Wollt ihr, also das würde ich zumindest auf einem 2. Kanal machen, wollt ihr, dass ich GTA auf einem 2. Kanal hochlade? Wenn ja, stimmt einfach für ja, wenn nein, stimmt für nein ab. So, und noch was, die Server gehen für Patch 10.20 ab 4 Uhr auf Frame. Lass mich raten, keine Macs draußen. So, aber was mich wundert, das ist kein Content-Update, das ist ein richtiger Patch. Also 10.20, vorher warst du 10.10, das ist 10.20. Aber Macs kommen eh nicht raus. So, gehen wir in einen Items-Shop, weil wir haben jetzt schon so oft gehofft, dass der Mac rauskommt, geht er gleich? Ja. So, also wir fangen an, wir haben keine neuen Items-Shop, wir fangen an mit dem Fenix, den haben wir gestern schon im Shop gewählt. Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt für zwölfene Vivax, ich finde das Teil richtig cool. So, jetzt gucken wir mal, wie sich die Noten entwickelt haben. 3,56 von 5 bei 16 Votes und 43 Reminders. Also ganz kurz, wenn das ein Waschbär gewesen wäre, hätte ich ihn mir geholt. Ja, wenn es ein Tiger gewesen wäre, hätte ich ihn mir auch geholt. 3,33, oh, oh, 3,33 von 5 bei 3 Wotes und 3 Reminders. 3,33, 3,33. Traum? Mega geil, mega geil, für zwölfene Vivax, 10 von 10. 10 von 10, mega geil. Der Backpack ist auch geil. Dreh ihn mal ganz kurz genau, mega geil. Also hier auch 10 von 10 von mir, 4,5 von 5 bei 18 Wotes und 4. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 129 Reminders. Splitterbruch, da sieht man kaum eine Animation, aber hier ist so eine Animation. Ja, ist ganz minimal, die Animation, geht mal wieder ganz kurz durch. Ja, geht, aber ich finde es trotzdem. 500 Wotes sieht auf jeden Fall gut aus. Ich kriege von mir 10 von 10. 8 von 10. 4,6 von 5 bei 35 Wotes und 4. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 17 Reminders. Arcana. Mega geil. 10 von 10. Best bewertetstes Set E-Bow. Arcana hat eine Benutung von 4,45 von 5 bei 38 Wotes und 4. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x und 18 Reminders. Arcana hat eine Benutung von 5 bei 35 Wotes und 4. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 39 Reminders. Oh, Astralax, die beste Hacker eigentlich im Spiel. Arcana hat eine Benutung von 5 bei 35 Wotes und 4. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 5x und 42 Reminders. Und dann kommen wir zur Lama-Glocke. Oh, ja. Bam, 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 bam. Für 800 B-Bucks das Teil. Ja, gönnt euch die Lama-Glocke. Die Glock-ke. Ja, Megacore. 10 von 10. 4,6 von 5 bei 112 Wotes und 22 Wotes und 20 August 2018 im Shop gewesen, seitdem 6x und 191 Reminders. Sicher Schläger bzw. Batsicle, der Batsicle bekommt von mir eine Benutung von 6 von 10, von dir? Auch 6 von 10. 3,5 von 5 bei 62 Wotes und 12 November 2017 im Shop gewesen, seitdem 37x und 78 Reminders. Wo ist Matt? Ja, gut, also 500 B-Bucks finde ich jetzt nicht ganz so toll, auch 6 von 10. 3,4 von 5 bei 5 Wotes, zumindest am 8. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 1x und 0 Reminders. Actia, ist das hier, ne? Mega geil, 9 von 10. 10 von 10. 4,1, 05 bei 84 Wotes und 19. Januar 2018 im Shop gewesen, seitdem 38x und 94 Reminders. Lightshow, Lightshow finde ich nicht ganz so toll, kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10, wo kommen wir dann? 4,6 von 5 bei 35 Wotes, meinst du mal am 4. Mai 2018 im Shop gewesen, seitdem 16x und 23x und mal das. Gut, und dann kommen wir zu dem neuen Emote von heute, Stillheimlich für 500 B-Bucks, niemand wird dich eh kommen sehen. 6 von 10, 6 von 10, weiß ich. Ja, lass mal nochmal da, ich hör keine Musik. Naja, kriegt von mir 7 von 10. Von mir, ja, hab ich schon überhaupt bewertet. Keine Bedrohung und 8 Reminders. Wieso, jetzt bewerten wir den Shop, denn Shop ist mega geil. 10, äh, love it, einfach love it. Wieso gibt's da 2000 Hates drauf? Keine Ahnung. Also, wir haben 725 love it, 788 it's meh und 2013 hailed. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, stimmt oben, aber ob ich GTA machen soll. Bis dahin, haut noch rein und tschüss.